Gibt es eigentlich Zahlen ungefähr, wie viele Kinder in Vorarlberg, wenn Sie sagen, zum Beispiel beim Übertritt in die nächste höhere Schule, also von Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, wie viele da schon ein Handy ihr eigen nennen? Also ich glaube, dass mit dem Übertritt von der Volksschule in der weiterführende Schule der überwiegende Teil, das würde mit 99,9 Prozent beziffern, ein Smartphone haben. Die wenigsten, die das nicht nutzen, was ich schon feststelle, dass es immer mehr Jugendliche gibt, junge Erwachsene gibt, die die Smartphones weggeben und nur mehr ganz einfaches Taschenhandy, wo man SMS schreiben kann und telefonieren nehmen, weil sie sagen, das ganze andere ist mir zu viel. Also es gibt immer mehr, die aus dem ganzen Rad, aus dem Hamsterrad ausbrechen. Überdeck zu sein. Weiterieni mal. habe mir weitergesagt, was ich schon gemacht habe. Meine Meinung sind nicht nur die Frage, weil ich diese Frage habe, oder wie ich Ich bin in meinem Ratsch. Ich bin in meinem Ratsch.